In diesem Video möchte ich Ihnen einmal das Buch Fachwerte für Marketing vorstellen, welches Sie ideal auf Ihr Fachgespräch vor der IHK vorbereitet. Dabei sei folgendes erwähnt, hier steht zwar einmal Taschenbuch, tatsächlich ist es hier einmal auf DIN A4 Format und das Ganze auch nicht auf 300 Seiten, sondern Sie haben hier lediglich einmal das Ganze kurz und kompakt auf 40 Seiten zusammengefasst, sodass Sie auch einen schnellen Einstieg haben. Sie können das Buch natürlich auch zusätzlich einmal als Kindle-Version erwerben. Schauen wir uns einmal an, was in dem Buch enthalten ist. Zum einen werden Sie natürlich mit den klassischen Infos, die Sie selbstverständlich auch schon im Unterricht gehört haben, zum Beispiel was den Abgabetermin und den Ablauf betrifft, informiert. Dann aber auch einmal ein Muster für das Grobkonzept, wie Sie mit guter Rhetorik mehr Punkte erreichen, denn Sie müssen Ihr Thema ja einmal präsentieren. Und dabei geht es natürlich auch noch einmal dabei, wie Sie Ihre Präsentation aufbauen, wie Sie das Thema auch einmal auswählen können und insbesondere, wie können Sie die Präsentation auch einmal kürzen, denn Sie haben ja nur ein paar Minuten Zeit und hier geht es eben darum, dass Sie ein komplexes Thema vorstellen und da muss das Ganze, also das ganze Wichtige muss natürlich kurz und kompakt zusammengefasst werden. Darüber hinaus erhalten Sie sehr viele wertvolle Tipps für den Medieneinsatz, auch für die Gestaltung Ihrer Präsentation und insbesondere auch noch einmal die Köder für das Fachgespräch, weil Sie müssen ja nach der Präsentation noch einmal in die mündliche Prüfung rein, also sprich, wo die Prüfer Ihnen dann einmal Fragen stellen. Und dabei gebe ich Ihnen einmal Tipps, wo Sie dann lernen werden, wie können Sie das wunderbar in Ihre Präsentation einmal einbauen. Selbstverständlich gibt es auch eine kleine Musterpräsentation, sodass Sie sich hier ein bisschen Inspiration abholen können und auch weitere Tools, die Sie einmal einsetzen können. Dann auch, welche Bereiche die Prüfer immer wieder gerne einmal abfragen und auch, was passiert, wenn Sie mal unbequeme Fragen bekommen und wie reagieren Sie. Selbstverständlich gehe ich auch nochmal auf die Themen ein, wie Sie zum Beispiel mit Lampenfieber und auch Blackouts umgehen können. Dieses Buch können Sie einmal direkt bei Amazon erwerben und den Link dazu, den finden Sie hier unten in der Produktbeschreibung.